Der Medizinprofessor John Kabat-Zinn entwickelte 1979 ein achtwöchiges, systematisches Programm zur Stressbewältigung. Es beruht auf Achtsamkeitsübungen alter buddhistischer Lehren. Unter dem Namen MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, oder Stressbewältigung durch Achtsamkeit, wird es heute weltweit gelehrt. Achtsamkeit bedeutet, alles was im Augenblick geschieht, aufmerksam, bewusst und vorurteilsfrei wahrzunehmen und zuzulassen. Achtsamkeit ist mehr als Konzentration. Achtsamkeit wird bei neuen, kreativen Aufgaben gebraucht. Durch sanfte, kontinuierliche Schulung der Aufmerksamkeit und der Körperwahrnehmung im jeweiligen Moment nehmen Stresssymptome ab, der Mensch wird entspannter und gelassener. Übungen zur Achtsamkeit ermöglichen, im Moment innezuhalten und die Atmung, den Körper, die Gedanken, sich als Ganzes wahrzunehmen, ohne zu beurteilen, ohne etwas verändern zu wollen. Dadurch entsteht ein tiefes Verständnis für sich selbst. Achtsamkeit als gegenwärtige Aufmerksamkeit für sich selber fördert Klarheit in schwierigen Situationen. Sie stärkt die Fähigkeit, die Realität der Gegenwart zu akzeptieren, selbstbewusster zu handeln und selbstbestimmt Grenzen zu setzen. Übungen zur Achtsamkeit sind eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, sich bewusst in das Leben zu integrieren. Vielen Dank. Vielen Dank.